wenn man dann fragen kann, wenn irgendwas nicht funktioniert. So, herzlichen Dank an Jimdo für die Unterstützung. So, Alex, da schließt sich das Thema von letztem Mal noch so ein bisschen an. Ich kann mich erinnern, dass Philipp letztes Mal in der, weiß nicht, vierten bis fünften Stunde gesagt hat, oh, jetzt hier WordPress 4, wie viel? 4, 4, 4, 4, 4, 3 ist draußen, den kannst du jetzt installieren. Erzähl mal, wie ist denn das gelaufen? Eigentlich super. Ja, ne? Eigentlich super, ja. Er hat dann irgendwie Quatsch mit dem RSS-Feed gebaut. Und das war dann nicht so schön, weil unsere Nacht dann sehr, sehr lang wurde. Sehr, sehr lang. Warte, ich gucke nochmal. Ja, 4, 3 ist die Version, die rauskam, genau. Das heißt, er hat angefangen, deinen Kommentar-Feed anstelle deines normalen Feeds auszuliefern. Ja, aber, also, fairerweise muss man auch sagen, um WordPress gleich in Schutz zu nehmen, es lief noch durch einen anderen Dienst. und ich weiß nicht, wem es letztendlich in die Schuhe zu schieben ist, aber der hat Mist gebaut. Das war ein zeitlicher Zusammenhang auf jeden Fall irgendwie. Ja, definitiv, aber... Das war so etwas Ähnliches wie Feed-Burner, ne? So ein Ding, was deinen Feed nimmt und dann irgendwie verarbeitet und nochmal rausgibt. Genau. Und da hat man so ein paar Statistiken, weil das ja durchaus schwierig ist und der ist jetzt weg. Den haben wir gleich dann abgeschossen. Und dann hatte sich, also, ich meine, der Feed an sich stimmt jetzt auch wieder. Es gibt immer noch so ein paar, es ist ja eine breite Masse, nach diesem Google-Reader-Falldown hat sich eine breite Masse an RSS-Dienstleistern hervorgetan. Ich weiß nicht, 10 oder 12 oder so. Und es kommt immer mal wieder einer, der eine sehr exotische Geschichte hat, wo es halt trotzdem noch irgendwie spinnt oder wo der Cash noch nicht stimmt. Und ich versuche das weiter irgendwie zu verfolgen. Aber der Feed auf der Seite, also der Slash-Feed, der von WordPress geliefert wird, der stimmt jetzt erstmal wieder. Aber es ist natürlich lustig, dass wir gerade in der letzten Sendung darüber gesprochen haben und ich noch versucht habe, WordPress zu verteidigen. Was man auch nicht so ganz zurücknehmen kann, aber das ist natürlich, dass das so zusammengefallen ist.